Ich mach ihn noch ein bisschen rechtser, wenn's jetzt. Ja, rechtser, ja, 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 Robi Rupp. Okay. Der ist gut. Salatgurke. So, meine Damen und Herren, jetzt werden Sie sehen, wie man sauber daneben schießt. Oh, in dem Sumpfland die Pfeile wieder fitten. Oha. Ja, geht doch. Links. Ja, geht doch. Oha. 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 Shit. Gut. Jawohl. Gleich sauber herangesoomt. Kann's genau sehen, wie der trifft. Super. Oha. Oh, das ist jetzt aber auch ein starker Kontrast. Mit dem hellen dahinter, ne? Das ist schon heftig. Schauen wir mal. Von den Dackel treffen. Oha. Geht doch. Aha. Trifft auch noch. Fertig. Na ja. Fertig. Aber fertig. Vom roten auch noch. Vom roten. Na ja. Scheiße. Ich hasse ihn. Oh, wie ich ihn hasse. diese flackgeduckte Echse du. Wisse was das Problem ist. Ich hab den jetzt ja nicht mehr drauf. Da ist er. Ja. Super. Super. Mhhh. Jaja, jetzt brauchst er auch... ... am Waldrand irgendwas aufgenommen. Wildschwein flüchten! Jo. Ach, da hängt es doch. Oh, der ist aber schnell, wenn er schon so über die Erde flügt, du. Es sind eins, zwei, drei, vier Ziele anscheinend. Jo. Alle nehmen? Klar. Gut, ich geh jetzt mal auf die Sau. Ja, war nicht so der Hit. Jetzt den Lücken unten. Jetzt den Rechten Lücken. Jetzt den Rechten Lücken. Daneben. Jetzt den Geier. Oder die Kanada Ente, Geldand. So, der unten kriegt noch mal einen. So geht es ja nicht. Hier ducken. Scheiße. Aber gestriffen. Noch mal. Scheiße. Vergiss das. Auf was schießt du jetzt? Schwein. Schwein, gut. Jawohl. Und jetzt? Ganz? Ganz. Ganz wenig, ganz kalt. Jawohl. Heute gibt es ganz, ganz wenig und ganz kalt. Unten, hinten. Falsch. Flu, flu, unten, vorn. Ja. Das hört sich komisch an. Wenn du irgendwo angeschlagen wärst. Jawohl. Jawohl. Geht doch. Steil rauf. Ich geh am blau. Hä? Ich sag, ich geh am blau. Jetzt. Oh, wunder. Bergtügel hier auf dem Mountain Goathe sind die, ne? Ja. Hier könnte deine Werbung stehen, Arne. Hau rein. Weißt du, was? Offen. Wir machen gleich aber uns schon das Foto, wie du dahinter stehst. Sketchfoto machen. So. Was geübt hat. So. Jetzt auf der Wackelplatte. Jawohl. Oha. Oha. Steilt die Wackeldackel. Ich steh scheiße. Na, ich hab'n. Guck dir ja gar nicht. Was ist denn los? Heftige Nummer. Heftige Nummer. Backe. Ja? Sag Bescheid. Vielleicht find ich den dann auch. Ja. Bin das los? Hast du auch noch getroffen, oder was? Ja? Ich hab'n nicht mal gesehen. Warte, dann zieh' ich nochmal hoch. Ja. Triff hin. Schleif. Oh, da ist er scheiße. Ja. Du nochmal? Ja. Achso. Warum sollte ich das? Weiß ich nicht. Ah, danke. Ich glaub's nicht. Fühl nicht gut. Ne? Fühl scheiße fit. Oho. Oho. Okay. Etwas tief. Weiter versuchen. Super, mit Drehung. 24 Meter. Echt? Jetzt nicht wieder. Ich weiß nicht, vom roten oder vom blauen oder? Das haben wir ja wohl vom Komponenten an. Vom roten. Wieder neben den Kehl. So, Arnon das Wildschwein. Erster. Oh, super. Ja, toll. Angeber. So, ich mach die anderen auch noch. Der Bär, da hast du wieder unterbewusst, ne? 3-point. Da hast du mal den Wolf. Gibt's dem, Luder. Bärli. Das Bärli. Das Bärli. Und zossen du. Mit dem Handling auch, was? Wer da wo den Sattel gespendet hat? Tolle Wurst. Guck, da musst du wohl noch mal runterkommen. Du hast deinen Bogen nicht mit. Ja, den gibt's schon mit. Aber irgendwie kränken mir gerade meine Hüfte. Ja, Meister. Ja, Meister. Nein, Mann. Ich hab Angst, dass ich mit dem Bogen hier an den Gaulgang komme. Was schießt du denn? Eule, oder? Gans. Jawoll. Das gilt. Jetzt guck ich mal auf Eule. Und die soll ich auch nehmen. Nein, das ist nur, wenn du mit meinem Bogen schießen möchtest. Mach mal noch nebenbei ein Foto, ne? Na gut. Geile Wurst. So, wollen wir jetzt mal filmen. Ich glaub, du hast eben gar nicht gefilmt, ne? Oder? Ich denke doch. Hast du ausgemacht? Ja. Oder? Nee. Ja. Ah, in die Beine. Ja, die sind heiß. Ja, sauber ins Kühl. Ja, die sind heiß. Ja, die sind heiß. Ja, die sind heiß. Ja, die sind heiß. Ja, die sind heiß.